Ich stelle dir vor, das ist der Herr Kulnick, also das ist der Arte Kulnick, der hat ziemlich viel Haarrauch. Hier haben wir jetzt mal einen Wachsstreifen, den haben wir da so ein bisschen aufgemacht, man sieht hier dieses kleine Ding. Das Wichtige ist dabei, dass man dem Patienten erstmal ein wenig Entspannung verschafft. Denk mal an was Schönes und guck mal woanders hin, weil du weißt nämlich gar nicht, wann das losgeht. Soll es da nicht hinkommen? Okay, habe ich ja schon gedacht. Ah! Ah! Schreck! Ah, fuck! 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 Oh, das geht gut, ne? Der Traum. Der Traum. Boah, mein Schmack!